Falsch Holzbaustoffe Anscheinung halten, falls ich hier weit leuchten sehe Eigentlich bräuchten wir ja schon dann das bessere Baustoffzeug Du brauchst 400 Jahre Na gut Das müsste aber eigentlich Das müsste schon passen Ah, dann sind es auch alle erstmal Okay Fenster später mal Ähnlich hier Das muss man machen Was machen wir denn jetzt? Ah, ich grübel gerade um Bauen ist halt immer noch relativ tricky Da was nicht upgraden können Und somit nichts drauf bauen können eigentlich Bei Holz ist es jetzt nicht so cool Tja, ich muss noch ewig auf meine Pfeile warten Kann ich eine Miene schon mal runtergehen? Ich würde sagen, wir gehen so einfach ein bisschen Karte aufdecken Und so ein bisschen rumströseln Vielleicht Zu unentspanntes Ja Warte ich noch kurz auf ein paar Zauber und dann Ja, das kann man dann so ausbauen Ähm Ja Warte Zauber Reicht Reicht Richtig Ach, hast du ein paar Spikes dir wen gelang gemacht? Ja. Guck mal, wo könnte man denn am sinnvollsten lang gehen? Ich würde so, das verbrannte Biom lang und gucken, was wir dahinter haben. Hier lang. Weil das haben wir so noch nicht wirklich aufgedeckt. Ja, machen wir. Zu Fuß? Ja. Okay. Der hat's angehauen. Jetzt aber auch schon auf die Straße. Ah, ist das eine rote Schreierin? Ja. Ah. Oh, au. Oh. 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 Okay. Okay. Oh. 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 in eine Bank Minibank aber hier ist auch Hauptstraße dann gehen wir die auch erstmal lang so mal ein paar Autos mit äh, lebt er? das ist creepy oh, rote Schreierin ja sehr schön Naja, sie rennt doch am Tag. Ah, scheint er recht groß zu sein, das verbrannte Bierung. Oh, Militärlager. Oh. Mal erstmal hier gucken. Oh, guck mal, lange ist her. Ja. 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 Ich hab's reingekommen. Das ist ein Pferd. Machen wir das mal auch. Natürlich wieder schön groß, das verbrannte Bion. So. Der Weg geht dann schön weit. Oh, ist wirklich Hordennacht. Sogar am offiziellen Tag, 21. Wie groß ist denn das jetzt hier schon wieder? Ja. Obwohl dann bis jetzt zerstört das Bion wahrscheinlich bald kommen. Mal gucken. Dann müssen wir ja Vorbereitung treffen, wa? Ach, ich konnte doch schon diese Holzstreben bauen, ne? So war's doch. Ich musste doch gar nicht die Stahlteile bauen. Hier geht's. Da dann, okay. Wir laufen im Grunde im Kreis gerade. Oh Gott. Alles gut. Wir laufen nicht weit weg. Da müssen wir eigentlich schon mal so ein, zwei Steinchen abbauen. Bis jetzt mal. ich hab das nicht bescheid mhm ich muss mal dann mit dem Tor noch nicht schaffen dann machen wir das mit Spikes das Tor krieg ich hin wir haben ja im Grunde alles da man muss sich nur mal daran erinnern was man dann tun wollte an dem Tag dann werde ich nach der Horden Nacht nochmal zum Händler fahren ja so Also jetzt haben wir schon genug Ressourcen, aber ich bekomme die gar nicht schnell genug umgewandelt. Wie gesagt, das dauert 70 Minuten für 300 Pfeile. Ähm, musst du noch einen zweiten Computer bauen oder Werkfahren? Ne, äh, Alchemiestation, aber da müsste ich... Ja, also da müsste ich halt im Grunde drei Stück bauen. Also den Platz dafür haben wir ja, im Grunde macht auch Sinn, aber eigentlich ist es von der Machart blöd. Einmal dafür, dass die Pfeile schon schlechter sind und dann auch noch das, was weiß ich, hundertfache der Zeit brauchen, gerade für die Omni-Pfeile. So, hm. Warum wird's auf einmal so hell? So sieht's aber schon cool aus, ne? Da hinten wird zumindest wieder grün. Oh, das ist ein anderes Bion. Ein grünes Bion. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich muss mal Erdproben nehmen. Stimmt eigentlich. Also, es ist ein anderes Bionist. Das ist schon mal gut. Ahem! Wollt's mal was für dich bei Zelf hier. Das ist aber schön, dass wir hier Grün haben. Blei. Das ist nur Blei hier an Grün. Das wäre noch schön, wenn wir hier ein paar Häuser hätten, aber das ist doch nicht Hauptstraße. Oh, euch ist Bond ein Gegner. Lauf! Lauf! Es ist doch Nacht. Der Kaya. Er hat sie vor. Er hat sie vor. Er wird dann nicht so sehr gut. Er hat sie schon mal gesehen. Der Kaya. Er hat sie auf dem Weg geht. Er hat es einfach mal gesehen. Oh! Oh Gott! Kleine greedy mom Da kommt noch was Bei dir Jetzt kannst du ran Sicher? Ja Ich tüte mich schon selber Ach ja Guck mal hier hängen noch welche im Boden fest Guck mal hier 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 Okay, ich bin schon überlaufen. Kleine Gredi Zoraya, mitten in der Nacht. So, so. Hast du es ja jetzt nochmal spannend gemacht. Mal kurz gucken, was ich hier so... So. Ist das mal ruhig, das gepackagte Link. Das haben wir hier so, über dem Nügel. Nett, nett. Ich gucke nirgendwo mehr rein. Jetzt ist es zu spät. Ja. Sammeln wir an. Oh, was haben wir hier? Oh, guck mal. Komm mal mit. Ja, ich bin überladen. Ich bin hier rein. Wer eine Versorgungskiste in der Nacht aufmachen kann. Ja. Hier sind Pilze. Ja. Ja, ich wollte dir erstmal helfen, dass es dich wieder beschwert. Ich wurde hier nur du. Während du es übernommen. Ich beschwere mich nicht. Ich prangere nur... Drei Angelbeleih. Ich prangere nur deine Greediness in der Nacht an. Um dann zu sagen, dass du dich wieder beschwert. Okay. Hör. Hier sind ganz viele Pilze. Ja, komm mal. Nicht mit der Hacke? Macht das nicht mehr einen Notfall? Mit deiner Sichel? No, ich hab die gar nicht mit. Ich hab ja einen Haufen gedöhnt.